Hallo und herzlich willkommen zu Folge 82 von Wir, Du, Natur, deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um akute Entzündungen mit Schüßlersalzen. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja Peter, wir haben in den vergangenen Folgen uns mit Entzündungen beschäftigt, die ja in den meisten Fällen ganz unerwartet, spontan und plötzlich auftreten. Wir haben über Knospentherapeutika, Gemma-Macerate gesprochen, die hier eingesetzt werden können. Wir haben homeopathische Mittel kennengelernt, die hier wertvolle Dienste leisten können und heute möchten wir uns den Mineralsalzen nach Dr. Schüßler zuwenden und euch zu Hause zwei Salze nennen, die ihr bei auftretenden Entzündungen durchaus einsetzen könnt. Das sind zum einen die Mittel Ferrumphosphoricum D12, also das Schüßlersalz Nummer 3 und das Schüßlersalz Nummer 4, Kaliumchloratum D6. Ja Benjamin, also die zwei Schüßlersalze haben ja eigentlich für Furore rund um den Globus geführt. Ferrumphos, das Hauptmittel bei Entzündungen, plötzlich auftreten. Dort, wo wir in der Homöopathie Akonitum wählen, wählen wir bei Schüßler das Ferrumphosphoricum. Schüßler hat schon früh erkannt, dass ja bei einer Akunentzündung der Körper das körpereigene Eisen aktiviert. Deswegen sehen wir ja auch so einen Peak, einen Eisenanstieg, wenn man eine Blutuntersuchung macht. Das heißt also, offenkund sucht der Körper hier eine Lösung und das läuft über den Eisenstoffwechsel. Tja und dauert eine Entzündung sehr lange an, sinkt der Eisenspiegel. Ja, so und Schüßler hat schon früh erkannt, dass wir dadurch dieses Ferrumphosphoricum nicht in der D3 geben. Und in der D6, nein, Schüßler empfahl tatsächlich Ferrumphosphoricum in der D12 1 zu einer Billion rein rechnerisch verdünnt. Also ja, nicht schaden. Und das ist genau das, was ich heutzutage so genial finde. Die Entzündung, ob im Kopf, Brust, Halsbereich, ob es in den Ohren, an der Haut, im Magen, Darm, im gesamten Urogenital, im Bewegungsapparat, in der Muskulatur ist. Es ist egal. Ferrumphosphoricum D12. An der Haut hat sich bewährt, natürlich das auch als Salbe anzuwenden, gerade bei einem Sonnenbrand. Also ein Sonnenbrand ist das beste Beispiel dafür. Plötzlich auftretend, ohne Eiter, ohne Veränderung im Gewebe, ohne Absondung, ist einfach nur rote Haut. Und wenn man so eine akute Entzündung hat, dann kann man sicherlich auch Ferrumphosphoricumsalbe als Gel anwenden. Es gibt ja verschiedene Hersteller. Und dann können wir zusätzlich innerlich alle 5 bis 10 Minuten eine Pastille oder 5 Globuli oder 5 Tropfen lutschen. Am besten auf der Zunge zergehen lassen. Hilft hervorragend. Der Patient hat eine Veränderung dergestalt, dass er sagt, es ist ihm warm. Also er möchte kühle. Kühle bessert. Und wenn dieser Zustand der Entzündung nun in einen Zustand übergeleitet wird, der eher sagt, nein, ich möchte jetzt Wärme, dann befindet sich der Körper in einem zweiten Entzündungszustand. Also der erste ist das, wo der Körper eine Kühle möchte. Die zweite Phase der Entzündung ist, dort möchte er Wärme. Und für diesen zweiten Entzündungszustand eignet sich hervorragend die Nummer 4 Kalm Chloratum D6. Von der Dosierung idealerweise gleich. Akut gegeben alle Viertelstunde 5 Globuli, eine Tablette oder 5 Tropfen. Wenn wir die Zunge einmal betrachten und das haben die damals immer den Ärzten zeigen müssen, die Patienten, denn damals hatte man noch nicht so viel Labordiagnostik. Die Ärzte haben dann einen Zungenbelag festgestellt und der ist in der Tat im Arzneimittelbild von der Nummer 4 als weißer Zungenbelag beschrieben. Kalium Chloratum D6 weißer Zungenbelag. Bei der Nummer 3 finden wir keinen Zungenbelag. Die Zunge ist rot ohne Belag. Daran sehen wir, dass das akute Geschehen noch nicht lange andauert. Bei der Nummer 4 im zweiten Entzündungsstadium ist das schon ein paar Stunden älter. Vielleicht schon zwei, drei Tage. Ja. Und deswegen haben wir da den weißen Zungenbelag. Manchmal können auch reaktiv Lymphknoten am Hals tastbar sein oder im Nackenbereich, also Nuchal. Der Patient sagt aber, Wärme bessert. Warmes Trinken, warmer Tee, warmes Bett, warmes Fußbad. Ja, vielleicht setzt er sich eine Mütze auf. Er möchte es einfach warm. Zieht Handschuhe an, zieht einen Mantel an, legt sich somit mit dem Mantel ins Bett. All das haben mir die Patienten berichtet. Manche haben ja auch so eine Art Schüttelfrost. Und das ist genau der Zustand, wo wir die Nummer 3 und die Nummer 4 im Wechsel geben können. Und für die, die sich noch nicht so gut unter euch auskennen, ist die Empfehlung, plötzlich auftreten, gebt immer die Nummer 3 und die Nummer 4, also die 3 in der D12, Ferrumphosphorikum, und die 4, Kalmchloranum, der D6, alle 5 bis 10 Minuten. Und wenn ihr das sofort zu Beginn einer Infektion jedwelcher Art anwendet, habt ihr in der Regel nach zwei, drei Tagen eine Wende eingeleitet. Der Fachmann staunt der Laie, wundert sich, denn die Heilung macht ja der Körper. Der Körper macht die Heilung. Nicht das Arzneimittel oder hier des Schüßlersalz, sondern die Körpereigene Abwehrkräfte werden mobilisiert. Und das ist das, was ich ja faszinierend finde in der Naturheilkunde, dass verschiedene Substanzen, unterschiedliche Impulse, Reize auf den Organismus setzen, der dann idealerweise die Substanzen bildet, die zwar vorhanden sind, aber nicht jetzt im akuten Entzündungszustand in ausreichender Menge. Und durch den Heilreiz werden diese dann mobilisiert oder verstärkt ausgeschüttet und dann kommt ein Heilungsprozess in Gang. Wir können natürlich auch Wadenwickel machen, wir können Einläufe machen, wir können den ganz kleinenden Zäuglingen eine halbe Zitronenscheibe auf die Fußsohle legen und dann Zöckchen drüber ziehen. Auch das senkt Fieber. Und diese Regulation des Fiebers senkens. Fieber ist ja immer ein Zeichen. Der Körper hat erkannt, dass in Eindringlingen meistens Viren, weniger Bakterien im Körper und die gilt es schachmatt zu setzen. Und durch diese einfachen Maßnahmen, wie ich jetzt hier beschrieben habe, mit dem Schüsselersalze 3 und der 4, können wir egal wo sich das Ganze, ob innen, ob außen, ob oben oder unten manifestiert hat, wunderbar agieren. Und gerade Eltern, die kleine Kinder zu Hause haben, die plötzlich am Wochenende hochfiebern oder Symptome entwickeln, sind mit der Nummer 3 und der Nummer 4 seit über 150 Jahren, denn so lange gibt es nun die Schüsselersalze, bestens bedient. Wenn ihr euch entscheidet, bei einsetzender Infektion das Schüsselersalz Nummer 3, Ferrum Phosphoricum D12 einzunehmen, dann könnt ihr auch daran denken, ein Erweiterungssalz, also ein Ergänzungssalz, die neuen Schüsselersalze zusätzlich anzuwenden, denn die Nummer 3 wirkt ganz wunderbar in Kombination mit der Nummer 17, Manganum Sulfuricum D6, denn Manganum Sulfuricum verstärkt praktisch die Wirkung von Ferrum Phosphoricum. Ja, Benjamin, in der Tat ist es so. Mangan brauchen wir ja im Körper auch zur Blutbildung. Ich habe bereits zuvor ausgeführt, dass ja hier der Eisenhaushalt ziemlich in Wallung gerät bei so einer Infektion. Und dann ist es ganz klar, dass auch hier Ferrum Phosphoricum mit Manganum Sulfuricum ein Duo darstellt, vielleicht auch als Trio mit der Nummer 4 für all diejenigen, die sich völlig unsicher sind. Und dann ist es so, dass ich dann die Empfehlung gebe, alle Stunde, alle zwei Stunden eine Gabe Manganum Sulfuricum, die Nummer 17, manchmal auch in der D12 und Ferrum Phosphus mit Kalm Chloratum im viertelhalbstündigen Wechsel und alle Stunde eine Tablette oder fünf Globuli von dem Manganum, also der Nummer 17. Der Körper zeigt, ob eine Wirkung eintritt und nach spätestens 12, maximal 24 Stunden sollte eine deutliche Besserung eintreten. Dann weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Der Körper braucht natürlich Zeit, bis alle Symptome verschwunden sind, aber es geht ihm besser. Oder der Körper fällt in den berühmten Halsschlaf. Auch das ist ein Zeichen, dass sich das Ganze harmonisiert. Also seid mutig und probiert diese Dinge im Alltag aus. Baut eure eigene Hausapotheke zusammen, denn das ist immer die Frage, die wir in den Leserbriefen oder in den Zuhörerbriefen bekommen. Was kann ich denn selber zu Hause mir hertun, wenn es wirklich mal dann in eine akute Situation kommt? Da kann ich gleich zugreifen und muss nicht erst in die Apotheke gehen. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche oder Anregungen, dann könnt ihr uns jederzeit gerne eine E-Mail schreiben an wir-du-natur-at-online.de. Alles werden gerne in einer der folgenden Sendungen darauf eingehen. Wie immer werden wir auch die Präparate aus der heutigen Folge unten in den Shownotes nennen, dass ihr sie leichter finden könnt. Damit danken wir euch fürs Zuhören, wünschen euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür. Der folgende Hinweis ist uns wichtig. Alle hier vorgestellten Informationen können nur einen allgemeinen Charakter haben. Sie ersetzen nicht die fachkundige Untersuchung und Behandlung durch deinen Arzt. Bitte wende dich bei anhaltenden Beschwerden an den Arzt deines Vertrauens. Nur auf diesem Wege kann die geeignete Therapie für dich gefunden werden. Vielen Dank. Vielen Dank.